fantastische video hier auf meinem kanal gelogen was geht herzlich zu diesem neuen video mit dabei ist karim was geht oder wir zocken heute ein roblox spiel dem wir kisten öffnen und ich werde das so ein bisschen so zusammenschneiden je nachdem ob wer was krasses zieht das werdet ihr dann sehen ja wir nehmen das einfach so lange auf bis wir keinen bock mehr haben also das kann gut so 56 stunden dauern gefüllt weil wir haben das spiel echt denn die durch suchten den ganzen tag ist nicht mehr normal und ja ich würde einfach sagen wir labern nicht lange gefangen direkt an ich werde gucken dass ich die roblox charakter wenn ich dann zusammen karte später ich werde gucken dass die roblox charakter irgendwie als bild krieg von uns dass ich die einblende damit ihr wisst wer dann was zieht damit ihr dann noch sehen von dem was gezogen ist ich werde ihn dann so unten links in der ecke platzieren oder so keine ahnung habe ich sagen scheiß auf alles und lasst direkt anfangen mit irgendeiner case wir können noch battle machen wir können jackpot reingehen coin flip werden wir wahrscheinlich nicht machen geschweige denn da gibt es ja ich würde sagen einfach durch sind ok man kann ja bei mir sehen dass ich gerade hier so ein 5 dollar denkt und man sieht hier zum beispiel jetzt auch das hat bestimmt auch gerade gesagt man kann hier mit äh die teil zu sachen kann man hier diese free case öffnen und ziehe ich was raus zum beispiel diesmal ein 20 cent ding oder wie ich zum beispiel 20 das hier und dann äh habe ich das hier im Inventar ich kann es entweder verkaufen ich könnte damit theoretisch auch ein Jackpot dann ja jetzt geht es gerade nicht aber dann könnte ich das zum Beispiel hier rein setzen und ja man könnte hier zum Beispiel jetzt auch ein item shop gehen je nachdem wie viel Geld man hat zum Beispiel ich habe sieben Euro ich könnte es theoretisch also das für 6 kaufen es wird aber halt es wird sich nicht lohnen aber ja auf jeden fall das so das prinzip ich hoffe ihr habt es verstanden ja es gibt mehrere kisten tollste kiste kostet 32.000 einmal gezeigt das ist die teuerste zahlen 30.000 und dann 15 Dollar und da kann man halt hier ja gut da kann man halt kranken scheiß rausziehen wer viel Geld dafür werden wir auch wahrscheinlich nie haben naja was haben wenn ich auch diese VIP wir sparen aber man muss schon Geld haben wir 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 haben wobei ich habe sieben Euro wir sind 4 Euro er um das wird auch gar nicht ob man mich gerade aufhören aber auch auf die die um bei dem Mikro von den Wörtern die Suche und er war wir haben es er um die erste ein bisschen auch als ich eingestellt weil du in den Augen haben wir ein bisschen leise ist er musste ich dich jetzt einfach mal ein bisschen lauter stellen mal gucken wie viel geld wir insgesamt hier heute minus machen oder plus man viel minus nix plus also ich sage ich kann euch doch mal sagen fedora case und rasch case und eigentlich so die krassesten günstigsten kisten die ihr kaufen könnt unter 10 euro und ja wir sagen immer euro weil wir keinen bock haben dollar zu sagen genau aber für 5 euro 20 könnt ihr die fedora da könnt ihr ein 2875 euro holen oder halt eben ein 5750 euro und das lost ist 12 cent und das günstigste von den grünen ist 38 euro 40 und das lila wird sich das 58 2 das teuerste hier ist 181 ja also die fedora case 25 unterhalb rasteel ist es halt okay weil in der rasteel ist für die für nur plus machen außer ihr kriegt ja wir sind die ersten vier items dann auf den minus gemacht deswegen ich versuche jetzt mein glück und ich hatte gerade 666 und ich habe wundervoll für sparen und ich noch nicht aufgebe ich war jetzt gerade hier die beziehungsweise ich kann sie schon öffnen durch jetzt mal brauchen jetzt öffnen wir die fedora case machen das auch mal so dass wir die richtig guten items meistens so also diese hunderte items oder so 80 50 60 leute sind sind und haben wegen den jackpots zumindestens mache ich das mal so dass ich die dann oder dass wir auch mal battle machen mal ja auf jeden Fall habe ich nur einen cent gerade gezogen erweigte aber ja ich gehe mal gleich rüber hierzu der abstrakt weil hier kann man also ihr müsst euch so merken diese weiß gar nicht was das für eine farbe ist auf jeden fall diese farbe ist gar nicht gut das ist so ist okay kann man auch mal was gutes herausbekommen wie ein 23 ding das ist auch sehr gut schon und die sind also die krassesten die ist ein 6000er zum beispiel also das sind somit die krassesten und ja ich will noch mal ne rush case drauf machen weil ich irgendwie das gefühl habe aus der rush case kann man gutes herauskommen muss und für alle die sich fragen wie das spiel heißt das wird wahrscheinlich auch nochmal in der video beschreibung stehen das äh game as kate ah lol man kann gerade nicht mal nen jackpot machen der ist daumen scheint ja der ist mir auch gerade aufgefahren kann man nicht ich würde aber auch stets machen aber auch stets ist es halt okay die prüge geile wie viel kostet das 6 Euro 20 kostet die case da habe ich gleich drum blem stehen ach so übrigens man kann sich hier auch ein VIP kaufen äh genau für 449 Robux ich warte gerade noch auf meine 500 Robux dass ich mir auch holen kann da gehen auch noch mal fett grüß an karin der danke euch bis dann auch er hat noch mal äh 5 Euro 5 ich mach gleich ich kann gleich ding ins bettel machen rush case kostet 6 Euro 20 groß eben mehr als 6 Euro 20 ich habe auch 5 25 habe ich habe zum Beispiel 6 33 vielleicht kriege ich auch irgendwie hin äh den screen zu splitten dass sie beide aufnahmen sehen vielleicht kriegt er das nicht noch mal wo ich mal gucken ob das mit cap card geht weil ich benutze zum cutten falls ihr euch fragt wie ich das alles kaste meine videos mittlerweile ich benutze cap card auf pc ja das ist gut dafür und vor allem kann man da auch viel besser effekte auf jeden fall könnt ihr da auch viel leichter den green screen mit entfernen wenn ich da mal ein tutorial machen soll wie ihr auf pc besser den green screen entfernt könnt dann ja schreibt es mir gerne mal in die kommentare ich habe gepumst was mir aber nichts bringt diese er sagt nichts bringt jetzt jetzt wird ein gutes noch mal neun euro ich habe ich ja ein bisschen ich hasse diesen dreizeck hat mir schon wieder meine ehren genommen ja und schon wieder so wie er es ist nein ich wollte gar nicht die polis käse öffnen nein ich will die aber die kontrast case die kosten euro 7 wobei ich habe mich in europa bekommen so und hat was geht meistens immer war nicht immer aber nicht immer aber manchmal ja ich versuche mal vielleicht vielleicht ist ein paar aus wie die snipe ja oder auch nicht wow digga die wow die 51 cent jams gebracht jetzt so 44 haben wir ich war auf jetzt auf die flip case weil die bringt die flip case bringt eigentlich sogar am meisten ja die flip case ist halt echt am krassesten eigentlich noch so für die kräfte und krasseste eigentlich sogar fast ja das ist die kostet die flip case kostet knapp 14 also 13 96 hier ich kann euch mal zeigen was drin ist da habt ihr halt die meiste chance auf das rauszuziehen aussehen bekommt das 1 cent käppi dann habt ihr reingeschissen und zwar auf kompletter linie 1 und 64 bekommen ich probiere ich probiere auch gleich mal ja mach ich gleich mal bevor ich nicht gleich wieder die rush case öffne und dann wieder durch schmutz ziehen das lustige ist ich hab ich hab dir ja das bild geschenkt was ich aus der rush case gezogen hab ja und war halt gottlos was ich da gezogen hab ihr könnt uns aber auch mal gerne in die kommentare schreiben ob wir das äh gern mal streamen sollen auf Twitch youtube was wo auch immer kick ja wobei kick würde sogar gehen da hab ich auch einen account hab ich auch schon einmal gestreamt aber ja gut twitch ist dann glaube ich noch mal ein bisschen angenehmer aber ja würde mich mal interessieren ob ihr da Bock drauf hättet wenn wir einfach mal so ein stream machen wo wir das ganze zeit über zocken ganze zeit über einfach nur das hier machen würde dann auch auf youtube kommen als äh kompletter stream der komplette stream würde dann auch auf youtube kommen weil ihr wisst ja ich lad ja meine kompletten Twitch streams auf youtube hoch außer den 10 stunden stream der wurde ja leider weltweit gesperrt ähm da war ein bisschen Koppel bei drinnen ein ganz kleines bisschen das Video endet erst wenn jemand was über 14 Euro gezogen hat weil sonst wir sitzen hier noch ewig ab dann endest du es ich ziehe aber durch bis ich keinen Bock mehr auf ich nehme eh noch elf Minuten nachher das wird halt noch streamen dann wäre mir auch egal aber dann brauchst du nächstes paar woche keine Videos mehr machen einfach vor dir ist ja ne da kommen ja zwei Reactions tatsächlich ich weiß gar nicht die sind glaube ich zum zeitpunkt dieses Videos schon online weil heute kommt ein Video morgen kommt ein Video Sonntag kommt ein Video Montag kommt noch eins und Dienstag kommt unser Granny Video aus so 1,33 Euro so weiß ich äh ich will kurz mal gucken was dieses Coinfit Ding da nochmal war Coinfit da kannst du ein Item für über 1 Euro reinpacken und der andere kann dann auch reinkommen mit demselben Item und äh dann gewinnt halt einer von den beiden das Item und ja fertig wir können das jetzt mal machen ich hol mir mal so ein Euro Ding aus dem Free Case ich hab ich hab ein Euro 64 ja warte dann lass mich kurz gucken dass ich das auch ziehe weil ich brauch das auch weil ich brauch auch dasselbe Item tatsächlich weil da können wir euch gleich einmal die den Coin Flip äh demonstrieren ey hab ich nicht perfekt sogar für die Flip Case ja wow ich öffne nochmal so ok erstmal Zip öffnen so wir öffnen Zip Case ihr seht auf jeden Fall es ist schon mal 19 Euro Geil 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 einfach 19 Euro heute Boah ich zieh nur kacken grad egal kack mal auf dem Fall kein Club ja das wird auch nix ich zieh nur kacken und Leute nevermind äh das Video endet nicht wenn man ja mal was über 15 Euro hat ja ich mach einfach so lange bis ich keinen Bock hab auf das Spiel also ich hab jetzt 20 ich hab jetzt 20 Leute die Flip Case ist schon krass ey die Flip Case ist halt krass muss man auch sagen die Flip Case ist schon ok ich überleg so die Defense die war doch eigentlich auch einmal ganz ok ich weiß nicht ob die Defense auch so krass ist wie sie vorher mal aber ich glaub die wurden ein bisschen gepatcht so jetzt aber auf jeden Fall wollen wir nochmal die Flip öffnen äh ne mein Defense ist auch ok wenn man überlegt wow hier gibt's so ne Partner äh Kiste die öffnet man mit nem Partner ah anscheinend doch nicht ich hab sie auch so gesehen geöffnet 4 4 Euro äh ich hab die Akte kostet irgendwas mit 18 Euro ey egal komm wir gehen nochmal in die Flip rein gleich ach da die hier ist das ich öffne noch mit mir warum steht aber mit Partner ja weil das äh Kiste von irgendeinem Ding ist wahrscheinlich von irgendeinem Player oder so keine Ahnung ach so ja deswegen da ist ja auch ein Skin drauf so wir öffnen auf jeden Fall nochmal Flip äh kann sein dass ich alles verliere oder ich kann alles wieder rein holen ja auf jeden Fall wir öffnen jetzt mal die Flip so 3 2 1 ich kann dich auch die Flip auch ich hab 11 Euro 99 genau ältert ich hab noch Schwarz bekommen hab 1 Cent hm ja diese 1 Cent muss ich schon sagen also ich sag mal so außer Free Case kann man halt nur Plus machen weil die kostet nix das heißt ihr macht da so aber die Watercase bin ich auch ganz stabil so jetzt aber ey du musst man die Watercase öffnen die ist eigentlich auch ganz okay wie viel geht Watercase ja die Watercase ist auch krass eigentlich nochmal guck vielleicht kann ich die Gleis sogar aufmachen mein Ferne nochmal öffnen ich mach einmal Watercase und danach geh ich in die Ding Case rein äh ich hab ein Cent Item bekommen schön Dankeschön egal nochmal ein Case hier dann kann ich ja schön ich brauche noch ein Case dann kann ich die Flip auch machen dann seht ihr mal wie viel Pech ich in der Flip ich hab dann lass mal Battle machen ja, perfekt jetzt hab dem schon geöffnet ja perfekt ähh rip weh h indices ich wollte das war die bettel machen mit dem schluss warum nicht die getroffen Prozent Prozent 4 Euro 50 Euro ja egal dann dürfen ich noch auf die Kiste und ihr habt irgendwie habe ich schon ein Drang noch mal geführt zu öffnen er macht aber gleich waren was ich gleich öffne schon mal eine Flippe öffne schon mal eine also ich mache es nur noch ein bisschen Geld er kann sich noch ein aufmachen und wird 2 ja aber die einen nicht weiter machen die zweite muss ich durch ja ich habe ein Cent bekommen jetzt sein was so gut gemacht aber wir machen einfach gleich der Bündnis er hat Spaß mehr auf die Kälte 3 und das ist so alle und das ist so er los geht es um um zu kommen er war das nicht ausgeben b es war auch die aber wir kommen schon mal ein Rost ist so euro 43 bekommen egal und das 131er aus afrika wobei das behalte ich mal wenn du das auch vielleicht sie ist dann noch mal konflikt machen mit dem ding 139 die ist ich habe irgendwie den drang so eine rasch noch mal aufzumachen so dass man das nicht aber ich brauche das geld du weißt wir brauchen das geld wir brauchen diese geld diese gg gg geld ich habe eine reihe das wollen wir machen ich gehe mal rein ich darf oder oder willst du jetzt müssen wir hier kurz warten fünf sekunden und dann steht da gleich wer gewonnen hat ist blau jetzt auch die jahre ich habe gewonnen dass das ist so ein kopf oder zahl ist ja ich hatte da war mir doch auch angezeigt ja gut bin ich rot ist immer derjenige der starten her bei mir stand dass ich dass ich rot wäre ach so dann ja dann war das würde wahrscheinlich oben diesen einen button doch nicht gedrückt dass man kann da noch irgendwie wechseln mit der farbe oder so keine ahnung ich war aber ich war rot tatsächlich tatsächlich war ich rot der der staat der den kölnflip startet das immer rot du musst mal eine aufnahme bekommen und was ich war ja muss ich mir dann nachher mal gucken sonst was noch mal gucken dann startest du mal in welchem alten wir haben ja das bringt uns wir brauchen heute über ein euro was ich habe recht mit kreis machen wir kreis die kreis die kreis ich rede gerade eben nix mit einem euro hier aus free case und ich versuche mal entfernen und vielleicht kriegt da was raus über euro oder nicht vielleicht kriegen wir was raus und dann dass wir damit noch mal machen ja aber ich mache eben nicht so viel so dass ich noch so ich kann hoffentlich noch einmal versuch mal aus der water case dann diese 1 euro 7 sonnenbrille zu bekommen okay aber das schaut so wie ich ihn auseinandernehmen wird nein das war der falsche er aber es auch flügt aber es auf mich auch nicht nämlich den auseinander kommt er hat nicht auseinandergenommen okay 16 zu 16 der gewinnt er hat mich auseinandergenommen wie kann es auch sein dass wir gleichzeitig diesen bettel dann auch starten versuch mal aus der water case diese sonnenbrille zu kriegen ich habe nicht mal so viel was diese sonnenbrille diese 3,5 prozent sonnenbrille ist das diese der erste schluss ich habe ein cent bekommen schulern die nächste geht es nicht ein paar nächste wurde ich wollte schon mal rutschung und die und sie ist doch noch auf war dann hat diese dumme und der erste abfassend das war es erst mal von meiner seite keine lust mehr auf das game aber wenn es euch gefallen hat lasst mal auf ihre ein abo leute dann höre ich auch auf in der video beschreibung steht alles in der video beschreibung ist das spiel verlinkt genauso wie karim schau bei ihm vorbei was nichts bringt weil er nicht so sagen wir haben bis zum nächsten mal bis dann und es ist